Wenn ich daran denke, wo ich dann das erste Mal mit Immobilien zu tun hatte, in dem Kontext, wie wir es jetzt hier machen, das war dann also 2015, da wäre meine Vorstellung gewesen, ein Konzern, der spezialisiert ist auf Immobilien, von dem kann ich doch auf gar keinen Fall gute Deals machen. Doch. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Was passiert diesen Sommer, die nächsten Monate und die nächsten Jahre am Immobilienmarkt? Das werden wir versuchen vorherzusehen und zwar in diesem Format. Ein Erfolgsformat, glaube ich, das wir ja jedes halbe Jahr mittlerweile machen mit Markus Befort. Erstmal hallo Markus. Hallo Marco, danke, dass ich hier sein darf. Die Glaskugel und ich stehen bereit. Genau. Die brauchen wir. Du bist unglaublich aktiv im Markt. Ich glaube, den meisten Immocation-Podcast-Hörer muss man dich nicht groß vorstellen. Ja, eben aus Bielefeld heraus tätig, Immobilieninvestor seit vielen Jahren. Du machst alles, also du hältst viele Immobilien. Ich habe dich gefragt, sag mal, irgendeine Zahl, sag mal Einheiten. Du hast gesagt, ja, also gerade wahrscheinlich so 350, kommt drauf an, wie du zählst. Ja, sind 60 Garagen, eine Tiefgarage oder 60 Einheiten oder keine Ahnung. Also vielleicht sind es auch 250 oder 600 Einheiten, aber du hast, und das ist auch überhaupt nicht der Punkt, weil du hast sehr, sehr viele Einheiten gehandelt. Du bist jede Woche beim Notar. Du hast ein Akquise-System, das dir permanent sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien anspült, die du entweder im Bestand legst oder entwickelst und dann auch weiterverkaufst. Und ja, das Format, glaube ich, lebt wirklich von deinen tiefen Insights, weil du einfach so aktiv bist im Markt. Wir sind mit diesem Format jetzt sehr, sehr happy, weil wir durch die Zinserhöhung gemeinsam das ja dann angefangen haben und da immer wirklich das Ohr auf der Schiene haben konnten, was ist los. Deshalb auch die Struktur, die wir auch jetzt nicht verlassen für ein ganz aktuelles Update im Ende April, Anfang Mai 2024. Übrigens tatsächlich immer sehr aktuell, deswegen von mir auch einfach wird das an dem Ort aufgenommen, wo ich mich gerade befinde. Ich bin in einem Familienkinderhotel, daher die schönen Römerhelme hinter mir. Ja, das bitte ich zu entschuldigen. Und wir starten eben, wie gesagt, mit der gleichen Struktur immer. Wir machen erst Banken. Was ist los bei den Banken? Wie verhalten die sich? Dann machen wir Akquise. Was merkt man im Ankauf vielleicht an Veränderungen? Dann gucken wir ein bisschen auf dein Business. Was hast du so zugekauft, entwickelt, gemacht? Einfach ein paar Beispiele. Dann gucken wir uns natürlich Preise und Mieten an. Was hat sich da getan? Und dann versuchen wir, die Glaskugel einmal zu lesen und zu gucken, was im nächsten Monat passiert. Starten wir also direkt rein. Genau. Starten wir also direkt rein. Banken. Beim letzten Mal. Lange Bearbeitungszeiten war ein Tenor. Und die Tatsache, dass Jahresende sie vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger werden. Hol uns nochmal ab. Vorzinserhöhung, Seitzinserhöhung und jetzt. Wie fühlen sich die Banken aktuell an, wenn man Immobilien finanzieren will? Ja, gerne. Also, dass sie letztes Jahr etwas zögerlicher waren. Ich würde schlicht und ergreifend sagen, sie hatten echt keinen Bock und keine Kapazitäten mehr zum Ende des Jahres, als wir letztes Mal dieses Format aufgenommen haben. Nicht alle Banken. Natürlich. Man hat ja noch Finanzierungen bekommen. Aber wenn man nicht einen sehr, sehr guten Track-Record diesbezüglich dann hat und da auch unglaublich gute Einstellungen und gute Kontakte, dann war es wirklich herausfordernd. Ich habe es ja auch probiert, mit anderen, mit neuen Banken dort ins Gespräch zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Ja, die haben gesagt, nee, kommen Sie mal nächstes Jahr wieder. Und bei den Bestehenden war es halt auch etwas herausfordernder und hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass wir super lange Bearbeitungszeiten hatten. Das war so letztes Jahr. Da haben wir gemutmaßt, könnten das BaFin-Vorschriften sein? Ist das einfach fehlende Personaldecke? Ist das irgendwie Reorganisation? Und ich glaube, auch aus den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, das war sehr, sehr häufig, dass die Banken einfach gesagt haben, wir haben unser Geschäft gemacht. Wir hatten ganz andere Planzahlen für das Jahr aufgrund der Situation. Das Geschäft war gemacht. Alles fein. Und deshalb nehmen wir höchstens noch ausgewählte Geschäfte oder mit entsprechend hohem Zinsertrag Geschäfte rein, was uns natürlich dann nicht unbedingt zugegen kommt. Neues Jahr, neues Glück. Ich kann es kurz zusammenfassen. Die Bearbeitungszeiten sind ähnlich lang. Daran hat sich nichts geändert. Also jetzt wirklich mal schnell irgendwas rauszubekommen oder auch schnell asynchron etwas zu bekommen nach dem Motto, schick doch bitte schon mal die Grundschuldbestellung zum Notar, was früher tadellos war. Dann hat er gesagt, klar, schicken wir los, damit du da beurkunden kannst. Also jetzt kurzer Loop, falls man eben die Beurkundung vor der Zusage und vor den Kreditverträgen machen möchte, was jetzt nicht unbedingt immer sinnvoll ist. Da muss man schon ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Aber das ist heute gar nicht mehr möglich. Das machen die einfach nicht mehr, auch nicht für mich, auch für viele andere nicht, die ich kenne, sodass es jetzt wirklich ein ganz normaler Ablauf ist. Bearbeitungszeiten von sechs, acht, vielleicht auch zehn Wochen sind relativ normal. geworden. Angebote gibt es wieder relativ schnell und auch wieder sehr, sehr gut. Also dass die Ausreißer, die ich letztes Jahr hatte, Banken, mit denen ich seit Jahrzehnten zusammenarbeite und die dann plötzlich gefühlt ein, zwei, drei Prozent Marge auf ihren Produkten haben wollten, das haben wir nicht mehr. Also sie sind alle zur Normalität zurückgekehrt und klopfen auch alle gerne wieder an. Und ich habe auch dieses Jahr schon eine Finanzierung wirklich in, ich würde sagen, fast Rekordzeit, also innerhalb von drei Wochen. Das ging dann auch mal. Hätte ich mich aber nicht darauf verlassen, dass das eben so schnell geht. Funktioniert. Und auch die Zinsen sind ja wieder in einem Rahmen. Jetzt muss man immer gucken, von wo kommt man? Aus der Sicht, wir kommen aus ein Prozent, sind sie natürlich immer noch hoch. Aus der Sicht von, wir haben die vier oder ich als Teil variabler Finanzierer aus diversesten Gründen, habe auch die sechs, die sieben und die acht teilweise gesehen bei Projektfinanzierung. Aus der Sicht sind wir jetzt natürlich schon wieder ganz charmant. Aber es ist ja eine Frage der Gewöhnung. Manche denken ja auch, dass die Preise an der Zapfsäule derzeit wieder erträglich sind, weil wir schon mal über zwei Euro gesehen haben. Hast du auch das Gefühl bei den Banken, also ich höre so vieles, wie Finanzierungen abgeschlossen werden, kriege immer mal quasi Einzelbeispiele mit und habe das Gefühl, das variiert stärker, als das vor der Zinserhöhung der Fall war. Also es gibt jetzt für mich zur aktuellen Phase quasi überraschend gute Finanzierung, überraschend schlechte Finanzierung, je nachdem, welche Banken man anfragt. Nimmst du das auch so wahr? Du meinst, dass die Zinssätze und Modalitäten so extrem unterschiedlich sind? Das kommt einem so vor und ich habe das tatsächlich auch mal so gedanklich hinterfragt. Ich glaube, die Herausforderung liegt darin, dass wir eine Bandbreite immer haben von, ich sage mal so 20 bis 30 Prozent Abweichungen innerhalb der Angebote. Wenn der Zinssatz jetzt aber bei einem Prozent ist, dann schockiert dich das nicht, Angebote von 0,8 bis 1,25 irgendwie zu hören. Da denkst du immer, das ist relativ günstig. Wenn du jetzt aber ein Angebot von 4 Prozent hast und eine 25-prozentige Abweichung, dann hast du plötzlich von etwas über 3 bis 5 Prozent die Abweichungen. Ich glaube, dass die schon relativ ähnlich geblieben sind, aber vom Gefühl her, wenn du eine höhere Basis hast, hast du halt eine deutlich größere Bandbreite. Dazu kommt aber sicherlich und das verstärkt das Ganze, dass die Bonität, dass das Projekt an sich, dass das sehr viel stärker bewertet und sich angeschaut wird und dass dann auch die Bandbreite an Optionen, also sei es kriege ich 80, kriege ich 100, kriege ich 115 Prozent, kriege ich 1, 1,5, 2, 3, 4 Prozent Tilgung in solchen Projekten, dass das auch nochmal sehr, sehr weit auseinander drifte. Das ist nicht mehr dieses, ich kriege 1 Prozent Zins und auch mit 1 Prozent Tilgung ist die Bank vielleicht einverstanden. Das kriegen wir so nicht mehr. Was würdest du sagen, sind Eigenkapitalanforderungen, die, also gab es eine Veränderung an Eigenkapitalanforderungen, speziell in den letzten sechs Monaten nochmal? Ja, das kommt jetzt immer auf die Projekte an. Also wir bewegen uns erstmal in einem Finanzierungsbereich so gedanklich jetzt bis 750.000 Euro bei einer Bank. Das ist verhältnismäßig einfach für eine Bank. Das kann oft noch der Sachbearbeiter vor Ort auch direkt entscheiden, also der Ansprechpartner. Und da kommt es halt auch darauf an, wie tritt man auf, worauf hat er Lust, wie ist auch die Erfahrung von dem, der kommt. Und jetzt treffen zwei Dinge aufeinander. Oft sind die Erfahrungen, wenn man da etwas finanzieren möchte, natürlich noch recht gering, weil man vielleicht die erste oder zweite Wohnung finanzieren möchte. Und trotzdem ist die Bonität in dem Moment natürlich auch noch sehr, sehr gut. Das heißt, da würde ich schon eine große Chance sehen, Richtung 100% Finanzierung oder auch mehr zu kommen. Kurzer Disclaimer, das empfehlen wir natürlich jetzt nicht per se. Da muss das Objekt auch zupassen. Das dürfte ja inzwischen auch allen klar sein, dass wir nicht so pauschal sagen, nimm so viel Geld, wie du bekommen kannst. Am Ende des Tages muss es sich natürlich auch immer noch rechnen. Die Nachfrage nach Eigenkapital, die ist größer geworden bei Banken. Also es kommt viel häufiger dieser Spruch, jetzt nicht nur bei mir, sondern eben auch bei vielen Teilnehmern, mit denen ich spreche. Wie viel Eigenkapital wollen Sie denn mit einbringen? Das ist ja fast in einen Automatismus damals gegangen, zu sagen 115%, also quasi ohne Eigenkapital. Das war ja so die grundsätzliche Erwartung, die man schon hatte, wenn man zur Bank ging. Und die Bank hat einen bedient, ja, ganz oft und auch viele Male in Folge mit 115%, weil natürlich die Werte der Objekte relativ schnell und stark gestiegen sind, weil man natürlich auch die Erfahrung hatte, weil die Banken auch das Go hatten, das so zu tun. Das Geld war billig, man konnte es einfach bekommen. Und da ist jetzt die Nachfrage nach Eigenkapital deutlich höher. Okay, was man dann über die Zeit aber wahrscheinlich wieder rausbekommt. Also du bist bereit, dann auch ein bisschen mehr EK reinzugeben, wenn du jetzt einen guten Deal machst, weil du sagst, über die Zeit komme ich wahrscheinlich dann doch wieder dran. Ist das richtig? Also das war ja schon immer mein Ziel. Ich nenne das ja intern Zielfinanzierung. Das ist jetzt kein Bankenbegriff. Ich glaube, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erklärt. Mach es aber gerne so in zwei Zügen nochmal, wenn ich jetzt ein Objekt irgendwo finde, wo ich sage, das hat ein hohes Entwicklungspotenzial. Und der einfache, als sagen wir jetzt, das kostet 500.000 Euro Gig. Also all in 500.000 Euro mit allen Nebenkosten. Und jetzt sagt die Bank mir aber, wir geben dir höchstens 400 dafür. Und ich sehe jetzt auch keine Option und ich bin auch nicht jemand, der zu 17 Banken läuft, um dann irgendwo das Passende zu bekommen. Dann ist es oft meine Intention, mit der Bank zu sagen, entweder Variante A, gut, ich nehme die 400.000, ich nehme sie aber variabel, was jetzt die letzten Jahre nicht immer und jederzeit die beste Variante war. Das wissen wir alle. Trotzdem hat es für diesen Zweck, hat es dann trotzdem funktioniert. Also ich nehme es variabel, ich entwickle es. Und ein, zwei Jahre später zeige ich es dann mit 30, 40, 50 Prozent, was auch immer, mehr Miete, dergleichen oder einer anderen Bank, finanziehe es neu, finanziehe es vielleicht sogar über die 500.000 hinaus oder alles, was ich reingesteckt habe, hole ich mir auch wieder und habe am Ende des Tages gar kein Eigenkapital drin. Variante 2, ich bespreche das vorab mit der Bank. Das ist jetzt ein bisschen herausfordernder, da braucht man einen Track Record, da braucht man Vertrauensverhältnis. Aber wenn ich jetzt der Bank sage, schau mal, ich kaufe es für 500, Gesamtinvestition, ich stecke 100 rein, 600 und habe dann Ergebnis X. Wenn ich das Ergebnis X irgendwann habe, innerhalb der nächsten zwei Jahre, dann wäre es doch eigentlich 600 für dich wert, liebe Bank. Und dann nickt die Bank jetzt in unserem Beispiel, sagt, ja, ist es aber nicht. Wir haben ja nur 400 und jetzt brauchen wir halt diese Differenz, müssen wir decken mit zwischendurch Eigenkapital, Zusatzsicherheit, die einem ja auch gar nicht selber gehören muss. Man kann es mit Co-Investoren stemmen und kommt eben so auf die Variante, dass man sein Eigenkapital mittelfristig oder auch kurzfristig wieder rausholt. Und das ist ja dann das Ding, dass man den Hebel neu ansetzen kann. Habt ihr ja gerade wieder auf eurem Spaziergang nochmal sehr schön betont, den Hebel, ich glaube, Nummer 465 des Podcasts war das, die Hebelwirkung. Und das Wundervolle ist ja, wenn ich den Hebel einmal ansetze, wenn ich den Hebel aber dann quasi wegnehmen kann, um jetzt in dem Bild zu bleiben, zu sagen, das wächst trotzdem weiter, ja, der Hebel ist gar nicht mehr da und trotzdem wächst das jetzt so vor sich hin. Ich nehme diesen gleichen Hebel, meine Sicherheit, mein Eigenkapital und baue jetzt nochmal eine nächste Pyramide damit und hebe das Ganze wieder. Das ist natürlich großartig. Ja, naja, genau. Also wenn ich gar kein Eigenkapital mehr einsetze, ist meine Eigenkapitalrendite auf dem Papier unendlich. Ja, also deswegen... Das Risiko steigt natürlich auch. Also immer zur Betonung, je weniger Eigenkapital ich drin habe, desto mehr muss ich erwirtschaften, desto höher ist meine Zinslast, desto höher ist mein theoretisches Risiko. Das muss man natürlich alles managen und beachten. Was ja jetzt gerade, wenn du zum Beispiel sagst, ich setze mehr Eigenkapital ein, weil es die Banken fordern in der aktuellen Zeit, weil die Banken sagen, ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit, du dann aber nach fünf Jahren, zehn Jahren, wie auch immer, zwei Jahren Entwicklung der Immobilie wirklich weißt, du hast entsprechende Werte gehoben und das ist wirklich passiert, dann kannst du tatsächlich mit wahrscheinlich relativ wenig Risiko das Geld dann auch wieder rausziehen und wieder ins Arbeiten bringen. Ja, natürlich. Also immer der Spruch, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Ja, 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 ja. Gespann, wann es das erste Mal kommt. Es war ja gerade kurz schon angedeutet. Schön, dass wir es jetzt... Einmal voll, also ein Strich in der Strichliste für heute, da war er einmal. Und man holt ja nicht das Geld jetzt so raus, dass man hier voll geleveraged ist und dass das eins zu eins aufgeht, dass man alles, was man hier an Mieten und an Erträgen reinbekommt, minus die Bewirtschaftungskosten, dass man das alles dann Richtung Bank gibt und denkt, oh, das ist ja toll. So macht man das ja nicht. Als Investor hat man ja einen Puffer für sich selber und sagt, selbst wenn mal die Einheit leer steht oder ich investiere da noch irgendwas, das kriege ich alles aus diesem ganzen Konzept noch hin. Alles andere wäre sehr risikoreich. Ich will nicht sagen falsch, weil das muss ja jeder für sich selber bewerten, wie viel Risiko er da gehen möchte und wie er auch in seine Fähigkeiten dann vertraut und wie schnell er wachsen möchte. Aber das wäre schon... Also ich würde nicht so ruhig damit schlafen, wenn ich das jetzt ständig machen würde. Ja, okay. Thema Akquise. Nächstes Kapitel sozusagen. Wir haben einen unfassbar tollen Einblick bekommen. In deinen Funnel quasi, wenn man so sagen kann, beim letzten Mal. Wo, glaube ich, wirklich vielen Leuten die Augen geöffnet wurden, was es heißt, wenn ich systematisch Angebote abgebe. Versus ist das logischerweise bei dir über viele Jahre professionalisiert worden. Versus zu, ich gucke eben mal nach Immobilien, fange damit gerade an, gucke dann dreimal die Woche auf Immobilienscout vorbei. Drei Wochen später sage ich, da war alles zu teuer. Das macht alles keinen Sinn. So, das ist einfach krass. Und bei dir haben wir gelernt, was waren das im halben Jahr? 900 irgendwas Angebote, glaube ich. Weit über 1.000 machen wir da, also weit über 1.000. Weit über 1.000 pro Halbjahr Angebote. Heißt nicht, dass die Immobilie bis aufs letzte Dokument komplett durchgeprüft ist, aber das hast du eben beim letzten Mal erklärt, wie da dein Akquise vorgehen ist, was eben auch zur aktuellen Marktlage passt, wo man ja Preise durchaus verhandeln kann. Was hast du erlebt jetzt in den letzten sechs Monaten? Was passiert im Ankauf? Käufermarkt? Ist es noch oder dreht sich es schon wieder? Also das System funktioniert weiterhin. Es gibt immer Dinge, an denen man nachschrauben und nachjustieren darf. Und ich bin ja auch immer jemand, der fortlaufend an seinen Systemen und Strukturen arbeitet. Und nicht, jetzt haben wir mal irgendwie was und jetzt gucken wir, dass das irgendwie auf ewig so läuft. Denn das tut es nicht. Und jedes System lebt auch davon, verbessert zu werden. Also das System, so wie ich es damals vor rund sechs Monaten vorgestellt habe, funktioniert. Es tut weiterhin seinen Dienst. Das ist an verschiedener Stelle nochmal professionalisiert worden. Insbesondere auch im unteren Bereich, wo, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wo noch sehr gute Deals rausgepurzelt sind, wo ich dann aber gesagt habe, es sind zu viele. Also lass uns die nochmal alle nachverhandeln. Und ein Teil ist dann eben zu externen Käufern gegangen und einen kleinen Teil habe ich dann letztendlich gekauft. Da habe ich das Ganze nochmal ein Stück weit aufgebohrt, dass ich mit einigen Akquisiteuren oder auch Co-Investoren dann sage, okay, wenn du davon überzeugt bist, dann lass uns das machen. Dann kaufst du es. Ich steige als Co-Investor an der Stelle mit ein. Es geht gar nicht in meinen Bestand, sondern ich steige dort mit ein. Also wir kaufen jetzt grundsätzlich mehr dieser Deals selber in Anführungsstrichen. Die sind dann nicht auf meinem Papier, aber ich bin auf irgendeine Art und Weise daran beteiligt. Das funktioniert sehr gut. Dieser allerletzte Schritt von damals, ich glaube, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es waren irgendwie über 30 damals in dem Beispiel und da habe ich gesagt, es ist zu viel. Und dann haben wir nochmal nachverhandelt und dann waren es noch neun, die wir hätten kaufen können. Und diese Spanne ist nicht mehr so groß. Dieser allerletzte Schritt, dass man wirklich sagt, wir verhandeln jetzt nochmal eine Runde nach, den gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Woran liegt das? Das liegt an zwei Komponenten. Zum einen, glaube ich, und das ist die größte Komponente, dass die Anfangspreise am Markt niedriger geworden sind. Also wir fangen nicht mehr bei sehr illusorischen Summen an und sagen, da müssen wir mal komplett erstmal runter und dann probieren wir unten nochmal nachzuverhandeln. Das ist dann eben auch etwas realistischer geworden. Und damit einhergehend, ich würde jetzt fast sagen, leider durch die realistischeren Preise und durch die Beruhigung bei den Zinsen, durch die Stabilität, die man jetzt dann doch wieder, mit der man kalkulieren kann, kommen natürlich wieder mehr Mitbewerber auf den Markt. Also man ist nicht mehr so komplett alleine und der Verkäufer und der Makler, die sind nicht mehr so komplett verzweifelt, sondern es ist wieder Bewegung im Markt. Kein Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo man ja wirklich schon den Hörer in der Hand und kaufe ich, ich muss das nicht sehen, ich will es einfach haben, ich zahle dir auch noch 10% mehr. So alles nicht. Man kann noch in Ruhe besichtigen, man kann in Ruhe verhandeln. Es passiert wirklich sehr, sehr viel. Es zählt aber auch etwas mehr, noch wieder eine persönliche Komponente. Das haben wir jetzt auch an der einen oder anderen Stelle ausgeglichen. Ein großes Vorbild für mich ist da immer der liebe Paul Zödi, der ja handgeschriebene Briefe schreibt. Ich habe festgestellt, die kann ein Computer auch schreiben. Die kann ein Computer auch schreiben. Also ab einer gewissen Stelle haben wir das auch so in den Prozess jetzt mal mit eingearbeitet, aber gleichzeitig, das ist ja noch nicht wirklich persönlich, dann eben auch die Akquisiteure eher noch auf eine persönliche Schiene gestellt und nicht nur dieses knallharte, ich gehe jetzt hin, ich gucke mir das an, ich verhandle noch mal nach, sondern so ein bisschen mehr Persönlichkeit einfließen lassen, dass auch die Person gekauft wird und nicht mehr nur Zahlen, Daten, Fakten. Der Befort ist der Einzige, der hier ein Angebot abgegeben hat, einen anderen haben wir nicht oder der auch finanzieren kann, einen anderen haben wir nicht, dann nehmen wir den halt. So läuft es nicht mehr. Was aber immer noch ein extrem großer Punkt ist, den Punkt würde ich noch machen wollen, ist, dass die Finanzierung funktioniert. Das ist ein super extremer großer Punkt. Ich habe auch einen ganzen Rückgewinnungsprozess hier in diesem Akquiseprozess. Das ist ja nicht nur, dass der von oben nach unten durchgeht, das ist ja ein riesen Flowchart-Diagramm mit allen möglichen, was passiert dann, dann, dann. Dann gibt es aber auf der linken Seite dieses Diagramms den Rückgewinnungsprozess für alle Deals, die wir nicht bekommen haben, wo andere die Zusage bekommen haben und wo wir natürlich immer auf Leistungsstörungen hoffen. Ja, ich gönne auch jedem anderen den Deal, aber für uns hoffen wir natürlich drauf und eine dieser Leistungsstörungen kann ja sein, kriegt seine Finanzierung nicht, nicht in adäquater Geschwindigkeit. Das haben wir eingangs besprochen, dass das sehr groß ist, dieses Risiko und da haben wir doch das ein oder andere Mal jetzt noch so ein bisschen zuschlagen können und zu sagen, ja, mit uns können Sie morgen zum Notar. Also wir sind bereit und nicht, weil ich hier ein Goldesel im Keller stehen habe, sondern weil ich schlicht und ergreifend sehr gut mit meinen Banken vorab drauf vorbereitet bin. Mit Kreditlinien, natürlich auch über fast zwei Jahrzehnte mit entsprechender Bewirtschaftung der Immobilien. Da darf ja auch ein bisschen was überbleiben und auch dieses System ist ja im Endeffekt dafür da, gerade im Immobilienhandel Geld zu verdienen. Ja, verstanden, glaube ich, was sich da ändert. Also es ist, wenn man so will, nach wie vor schon ein Käufermarkt, aber es gibt ein paar mehr mittlerweile davon. Es gibt ja auch ein großes Angebot grundsätzlich an Immobilien, weil das über die Zeit aufgelaufen ist und da kommen jetzt aber mehr Käufer dazu. Da ist dann gerade so gesagt, so könnte man ja sagen, leider, also dass jetzt eben wieder ein bisschen Konkurrenz auch da ist. Also klar, wie wirkt sich das für dich jetzt aus? Hast du das Gefühl, es wird jetzt einfach schwerer, gerade gute Deals zu machen für dich? Definitiv nein. Also definitiv nein, weil sich das jetzt auch noch in einem Bereich abspielt, dass ich sage, wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo wir selbst die allerbesten Deals hatten wir mehr von, als ich selber ankaufen wollte oder konnte. Also ich komme immer noch aus dem Überfluss und ich bin auch immer noch im Überfluss. Wenn ich vorher, ich weiß nicht, wie viel 100% Überfluss hatte, dann habe ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem, es spielt ja keine Rolle. Ja, das Buffet ist immer noch voll und ich kann nicht das ganze Buffet zu mir nehmen und essen. Zumindest würde mir das nicht gut tun, das zu tun, wo du gerade in so einem Hotel bist. Ja, ja, viel Baklava und Co. Ja, das ist der Buffet, genau. An das dachte ich auch gerade. Ja, schön. Und dementsprechend, also ich habe ja immer mit diesem Fenster als Bild gearbeitet. Ja, wir haben ja schon, ich glaube, es ist zwei Podcasts her, da habe ich, oder drei vielleicht auch schon, da habe ich gesagt, das Fenster ist sperrangelweit offen. Am Anfang hat uns das niemand geglaubt. Wir haben ja auch ja entsprechende Kommentare, YouTube und Zuschriften und alles. Das ist Blödsinn, der Markt bricht zusammen, alles ganz schlimm. Irgendwann haben die Leute uns das dann geglaubt. Das Fenster ist wirklich sperrangelweit offen, das Fenster der Möglichkeiten. Und im letzten Podcast habe ich gesagt, ich sehe es durchaus noch bis zu unserem nächsten Podcast, sehe ich das noch, dass da die ganzen Optionen da sind. Jetzt würde ich das Bild mal nehmen und sagen, es ist immer noch sperrangelweit offen. Wenn ich jetzt aber mal mich aus diesem Fenster rauslehne und nach links und rechts gucke, dann sehe ich auch andere offene Fenster, wo wieder Leute drinstehen, die sagen, oh, das Fenster ist offen und draußen, passend zur Jahreszeit, scheint die Sonne. Da könnte ich jetzt ja mal drüber nachdenken, ob da draußen wieder etwas für mich liegt. Und dann werden die eben auch aktiv am Markt, manche nur in der Nachfrage. Das sehen wir ja sehr schön, wenn wir die Pro-Version hier von, Plus-Version von ImmoScout haben, wenn wir für Kontaktanfragen sind, auf die Objekte eingegangen. Da kann man sehr schön sehen, dass da mehr sind. Heißt noch nicht, dass da viel mehr Angebote gemacht werden, aber es ist grundsätzlich mehr Bewegung da. Und das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise schön. Das stresst den Makler auch nicht so. Und jetzt haben wir sogar schon die ersten Tendenzen. Ich habe gerade zwei davon auf dem Tisch, wo jetzt wirklich, und jetzt kann ich das Bild anstrengen, wo ich letztes Mal gesagt habe, jeder meint, das läuft so bei mir. Aufgrund der Erfahrung und der langjährigen Zusammenarbeit, Marktplan läuft es jetzt in Teilen wieder so, das mag bei mir schon sagen, du, ich habe hier ein interessantes Projekt, das ist interessant eingepreist. Und wenn ich das jetzt, da ist aber viel zu tun, zum Beispiel extrem viel Sanierungsstau oder aber auch total im Under-Rent und Mieterin wohnt da seit x Jahrzehnten drin oder so etwas. Wenn ich das jetzt online stelle, dann melden sich nicht 300, wie vor ein paar Jahren, aber 30, 40 Leute, von denen die meisten denken, sie können das und da könnte man was tun und das ist alles verlorene Liebesmühe, willst du das nicht kaufen? Und das passiert eben schon wieder. Also das Leider hat so zwei Seiten. Es ist natürlich schön, sich auch alleine zu bewegen, es ist aber auch schwierig, dann immer Makler und Verkäufer zu überzeugen, dass das richtig ist. Aber auf der anderen Seite ergeben sich dadurch jetzt schon wieder neue Chancen, die man sich langfristig einfach auch aufbauen kann. Das ist auch, was wir immer sagen, geht nett mit eurem Makler um. Auch gerade während dieser letzten Jahre, wer da gut mit seinem Makler umgegangen ist, trotzdem noch mit ihm essen gegangen ist, obwohl er keine Zuteilung von Angeboten mehr gemacht hat und der profitiert da weiterhin von. Dann möchte ich dir zwei Dinge sagen, die mir unser Co-Investor Roti, vielleicht schon mal gehört aus Bayern, mit dem wir da zusammenarbeiten, haben jetzt mit ihm auch einen ersten Podcast gemacht, der Sebastian, der, glaube ich, wirklich tief im Markt verankert ist, was München und Co anbelangt, über Jahre hinweg dort sehr viel Eigentumswohnung, Mehrfamilien usw. gekauft hat, der zwei Sachen gesagt hat. Die zweite ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Überleitung dann zu dem, was bei dir gerade im Business passiert. Aber zuerst mal die erste, ob du das vielleicht auch von A-Lagen so wahrnimmst. Er hat gesagt, in München, also nach der Zinserhöhung, gab es eben genau dieses Fenster, wo du konntest online gehen und konntest eine Wohnung in München kaufen. Wo man sich zuerst mal denkt, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ja klar, kann ich online gehen und wenn ich bereit bin, jeden Preis zu bezahlen, eine Wohnung in München kaufen. Nee, das war tatsächlich vor der Zinserhöhung eigentlich nicht so. Du hast erst was gesehen, das war eigentlich in dem Moment schon weg. Also wenn du irgendwas einigermaßen adäquates irgendwie gesehen hast, war das sofort weg. Auch wenn die Preise in München exorbitant hoch sind. Die sind immer noch sehr, sehr hoch, auch wenn sie ein bisschen runtergegangen sind. Immer noch sehr, sehr teuer, in München Immobilien zu kaufen, ist klar. Aber der sagt, das ist jetzt schon wieder fast vorbei oder ganz vorbei. Also es war für ihn so zwischendrin mal, war das so krass, ich kann einfach Wohnungen kaufen in München. Sehr ungewohnt, ohne dass ich eben, also Wohnungen, die wirklich auch on-market erscheinen, kann ich kaufen. Das ist jetzt schon wieder vorbei, sagt er eben. Genau, das ist meine erste Tests, zu zweit kommen wir gleich. Siehst du das auch schon? So A-Lagen ist schon wieder wahnsinnig schnell weg, egal welcher Preis, fast. Also erst mal, natürlich kenne ich Roti, wenn ich dir das jetzt auch mal so liebevoll sage. Ja, ja. Nicht persönlich, aber natürlich vom Podcast. Habe ich mir selbstverständlich angehört. Tolles Format, sehr cool, sehr coole Einsichten, ganz toll. Was er da auch macht, fand ich sehr inspirierend, auch so von der ganzen Art. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal zurückzuschauen. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist, aber so lange ist nicht her. Ein paar Wochen eher. Also wirklich ganz, ganz toll. Und dieses Fenster, also grundsätzlich ist das ja erstmal das Fenster, was ich selber beschrieben habe, vorhin jetzt nicht für München, sondern eben für meine Region. Du konntest nichts falsch machen. Das Fenster war sperrangelweit offen. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst jedes Objekt. Ich glaube, er hat es in dem Podcast auch so gesagt. Jedes Objekt, was er kaufen wollte, nee, ihr habt es gesagt, in eurem. Jedes Objekt, was ihr kaufen wollt, kriegt ihr im Grunde genommen auch mit ein bisschen Nacharbeit und eben Engagement. So und jetzt hast du halt wieder diese Herausforderungen, dass verschiedene Zielgruppen aufeinandertreffen. Ich glaube, gerade in München und in Süddeutschland ist einfach der Stand noch ein bisschen herausfordernder als hier bei uns in Mitteldeutschland, sage ich jetzt mal so. Du hast sehr, sehr viele Leute mit Eigenkapital. Du hast immer noch eine Inflation, die in den Köpfen drin hängt, die jetzt bemerkenswert war, wo auch viele Leute vielleicht denken, vielleicht kommt das mal irgendwo wieder. Und die durchaus bereit sind, auch so Objekte, sagen wir mal eine Wohnung, mal eben einfach mit Eigenkapital zu kaufen. Und die hast du natürlich in München in deutlich höherer Anzahl als jetzt zum Beispiel in Bielefeld oder jetzt gehen wir nach Chemnitz. Das ist so völlig ohne jetzt Chemnitz-Baschen zu wollen, um Gottes Willen. Das ist einfach so ein Vergleich. Und das hängt natürlich damit zusammen. Ich glaube trotzdem, dass du immer noch fast jede Wohnung kaufen kannst. Manche kriegst du vielleicht nicht, weil dann doch der persönliche Faktor weg ist, weil die Leute sagen, nee, hier die mit der Familie, die sind mir sympathischer, an die verkaufe ich und an den Investor. Dann eben nicht. Ja, kann passieren. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das ist vorbei. Ich würde sagen, du hast wieder Begleitung am Markt. Ich sehe aber auch nicht jetzt, und das möchte ich nochmal betonen, das ist kein mega steiler Anstieg, wo wir jetzt jeden Tag ein Prozent mehr Nachfrage haben, was ich ja extrem aufsummieren würde innerhalb kürzester Zeit. Wir haben ja immer auch Wohnungen und Objekte im Verkauf. Und deshalb kriege ich die Seite ja auch mit. Da ist mehr Nachfrage, ja, aber da ist nicht Ausverkauf und Festivalcharakter und endlich wieder Objekte. Das sind Leute, die fragen die an, die fragen aber parallel auch zehn andere an und gucken dann und sagen, jetzt gucke ich mir die mal in Ruhe an, dann entscheide ich mich vielleicht für irgendeine, dann prüfe ich meine Finanzierung und dann kommen wir genau in den Loop, den ich eben besprochen habe. Da kann man als gut vorbereiteter und ausgebildeter Investor, glaube ich, sehr, sehr gut dazwischen kommen. Nicht für jedes Objekt, nein, aber das ging auch in der anderen Phase nicht. Da hast du auch nicht wirklich jedes kaufen können. Also wenn jetzt der Preis egal ist, aber der ist uns ja nicht egal. Deshalb sehe ich das jetzt noch nicht als so extrem an. Ja, ja. Okay, ich komme gleich zu seiner zweiten These. Ich möchte vorweg einmal kurz sagen, vielleicht hat man es rausgehört, dass du ein relativ strukturierter Typ bist, viele Prozesse aufsetzt, sich sehr gut organisierst. Wer davon sehr viel mehr hören möchte, ich habe mich riesig gefreut, du hast einen Podcast aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen gibt es gerade? Wie heißt er, wo kann man, finden kann man ihn wahrscheinlich überall? Das ist lieb, dass du das sagst. Danke dir vielmals. Also es gibt jetzt gerade Folge Nummer 18 ist rausgekommen. 18 schon. 18, ja, ja, ja. Weil ich am Anfang habe ich gesagt, also er ist gestartet am 31.12. Tatsächlich an diesem Tag, ich habe morgens, ich will hier nicht die Zeit damit verschwenden, aber ich habe morgens auf dem Crosstrainer gestanden, meine Ziele für nächstes Jahr irgendwie, ich will mal einen Podcast machen und habe an dem Morgen beschlossen, heute Abend ist die erste Folge online, Punkt. Ich wusste nicht, wie, aber ich habe es offensichtlich geschafft und wollte dann im Zwei-Wochen-Rhythmus und die Resonanz ist wirklich gut, wenn ich das jetzt so sagen darf, weil sie ist gut, ja, nicht nur anhand der Hörerzahlen, sondern auch des Feedbacks, was ich bekomme. Ich habe innerhalb kürzester Zeit bei Apple über 105 Sterne Bewertungen, bei Spotify ist schon fast 200, was für die Kürze der Zeit wirklich gut ist. Hängt natürlich damit zusammen, dass hier auch bei euch so viele Leute zuhören und da mit meinem Namen was anfangen können. Er heißt also Erfolg ist kein Glück und es geht um Strukturen, Gewohnheiten, Ziele, um Disziplin, also um alles das, was wir total gerne machen oder auch nicht. Aber es ist wie ein Kurs, wenn man so will. Wir gehen durch meine Welt, wir gehen nicht speziell durch eine Immobilienwelt, nicht vertauschen damit, es gibt zwar immer mal ein Immobilienbeispiel vielleicht da dran, aber wir gehen generell dazu über, was ist eigentlich dahinter. Mich fragen immer total viele Leute, auch viele bei Immocation, so wie geht das? Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Dann sage ich immer Struktur, Disziplin und Gewohnheiten. Dann sagen die, ja, abgesehen davon, was ist jetzt eigentlich dein Erfolg? Deshalb, das ist jetzt die Antwort darauf, in diesem Podcast gibt es zig Systeme und Dinge und auch Dinge aus meinem Alltag, die ich dann eben durch meinen Alltag gehe. So läuft das, so ist das strukturiert. Also freue mich über jeden weiteren Zuhörer. Ja, also kannst du empfehlen. Es ist wirklich toll, dir dazu zu hören, weil genau wie du sagst, und wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade über Akquise eben gesprochen, wie kann man dann wirklich gute Deals machen, das ist am Ende eine Frage eines Prozesses, den ich habe und nicht eines besonders geschickten Market Timings, weil ich jetzt gerade zufällig heute mal Immobilien-Scout aufmache, Seite 1 oder mir gerade Immometrica installiert habe und nach einer Woche wieder nicht mehr reinschaue, sondern das ist eben die Frage, ob ich dauerhaft in der Akquise erfolgreich sein kann, weil ich am Prozess habe, eine Gewohnheit habe, mich so ein bisschen entkoppel vom Ergebnis, sondern einfach die Arbeit tue und das ist ganz toll, gerade in der aktuellen Marktphase und genau, was dann natürlich logischerweise alles mit Immobilien danach passiert, wenn ich sie gekauft habe, braucht auch wieder genau das. Deswegen glaube ich, dass das auch so eng zusammenhängt. So genau, zur These 2 von Roti, der Beobachtung, These ist vielleicht ein großes Wort, aber Beobachtung, was er wahrnimmt. Er sagt, ja, so das Volumen ein paar Millionen, das ist noch sehr, sehr spannend, wenn man da gerade als Käufer unterwegs ist, weil viele Käufer da noch nicht zurück im Markt sind. Es gibt da zum Beispiel den einen oder anderen größeren Bestandshalter, der auch quartalsgetrieben reporten muss, weil er vielleicht an der Börse ist sogar, der einfach Ergebnisse auch zeigen muss, der Liquiditätsthemen hat, der natürlich auch variabel finanziert ist irgendwie in großen Teilen, die dann einfach strategisch beschließen mit so einer Zinserhöhung. Jetzt wird einfach abverkauft, diese Abverkäufe laufen. Da kommt man vielleicht relativ günstig ran. Auf der anderen Seite sagt er so, so richtig, so Versicherungen und so, die sind noch nicht so richtig zurück im Markt. Da müssen noch mal ein bisschen die Zinsen runtergehen, damit die alternativen Möglichkeiten, die sie haben, nicht ganz so attraktiv sind. Das Fenster sieht also noch ein bisschen weiter offen, wenn es dann in die Größenordnung geht. Ist eine gute Überleitung zu dem, was bei dir im Business passiert, oder? Also stimme ich hundertprozentig zu. Absolut, eine herausragende Überleitung gemacht. Ich sehe es nicht nur so, dass die Versicherungen und Co., Rentenkassen, große Familienstiftungen und die es da alle ja am Markt gibt, die wir ja so tagtäglich nicht so mitbekommen, weil die nicht immer Pressemeldungen rausbringen, was sie jetzt wieder gekauft oder verkauft haben, mit wenigen Ausnahmen. Die sind einfach abwartend, die optimieren auch ihren Bestand, was aber auch verschiedene andere Gegebenheiten hat. Das sind natürlich jetzt auch die letzten Monate oder Jahre die unterschiedlichen energetischen Dinge. Muss ich jetzt was machen? Muss ich nichts machen? Was muss ich machen? Was gibt es für Herausforderungen? Dann natürlich die Zinssätze, dann Neubauten. Diese ganzen Konzerne haben natürlich auch große Neubauprojekte, von denen jetzt plötzlich viele in der Schublade landen. Und dann ist oft, so habe ich das Gefühl, auch so ein Thema Immobilien plötzlich weg. Wir wollten da einen riesen Neubau machen und dort Geld anlegen. Jetzt rechnet sich das aber bis vor kurzem aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Jetzt vielleicht wieder besser. Und deshalb ist das Thema Immobilie gerade nicht so. Und jetzt kommt ein dritter großer Punkt hinzu, dass eben sehr, sehr viele in ihre Bilanzen gucken und auch nach anderen Bilanzrichtlinien plötzlich börsennotiert da berichten müssen. Ich bin da kein Superspezialist für. Ich habe mich da auch nicht eingearbeitet. Für mich reicht hier die Information. Durch diese Änderung und durch diese andere Art der Bilanzierung müssen die auch zukünftige Investitionen da irgendwie ausweisen und Bestände vielleicht auch anders bewerten. Und das führt dann tatsächlich zu einer enormen Verschiebung im Ergebnis der Bilanz, sodass also plötzlich Millionen und Milliarden an Minus ausgewiesen werden, die nicht auf dem Konto so ohne weiteres spürbar sind, aber die nicht schön fürs Ergebnis sind. Was macht also der große Bestandshalter in dem Moment? Er sagt, dann müssen wir wohl ein paar Sachen verkaufen, ein paar Buchwerte heben, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, um den Bestand ein bisschen charmanter, moderner und einfacher zu machen und natürlich auch unseren Aktionären und Shareholdern irgendwo zu zeigen, wir tun ja etwas. Und jetzt kommen zwei schöne Sachen zusammen in diesem Millionen-Business. Das eine ist, da sind weniger Leute aktiv. Das andere ist, da sind plötzlich mehr Sachen zum Verkauf. Und zwar Sachen, die man plötzlich angeboten bekommt, wo, also da kann ich selber sagen, ich bin ja nicht Nummer eins irgendwo auf der Liste. Leider, großes Leider wieder, wenn Versicherung X oder börsennotierte Gesellschaft Y etwas planen zu verkaufen. Dann rufen die ja nicht als erstes mich an. Wahrscheinlich noch vorher den Roti. Irgendwann an Nummer 100 wäre ich, aber bis dahin ist es oft schon verkauft gewesen. Das heißt, sehr viele Sachen habe ich nicht mit auf den Tisch bekommen. Noch nicht mal hier in Bielefeld. Es gab immer wieder so schöne Bürokomplexe, gewerbliche Objekte, wo ich dann gehört habe, irgendwie, ja, das ist verkauft worden von Versicherung A an Bestandshalter B, wo ich denke, verdammt, ja. Ich kann die Versicherung auch ruhig anschreiben. Denken Sie nächstes Mal auch an mich. Das nutzt verhältnismäßig wenig. Und jetzt plötzlich kriege ich Angebote, also jetzt schon seit vielen Monaten, wo ich dann auch immer eine Rückfrage stelle, wie kommen Sie denn auf mich? Ja, wir haben vor Ort geguckt und wer ist denn da? Und dann natürlich auch dank Immocation ein bisschen YouTube mit dazu, aber dann auch eben darüber hinaus Homepage, so ein Marker an mich. Ich muss dringend meine Homepage überarbeiten, die ich nicht als wichtig empfunden habe bislang. Ist sie aber offensichtlich. Und deshalb haben wir Ihnen das auch mal geschickt. Aber mit der Unternotiz, naja, ist jetzt auch egal, die E-Mail an den rauszuschicken, ja, ob das jetzt was bringt oder nicht. Es hat aber hier und da was gebracht, weil ich mich natürlich mit genau diesen Dingen beschäftige. Und ich bin immer wieder fasziniert. In der Vergangenheit hatte ich wenige Chancen dazu, jetzt deutlich mehr, wie anders es auch ist, mit solchen Konzernen zu verhandeln und wie schön und strukturiert, um jetzt an diesem Thema wieder zu sein, das abläuft. Wo man nicht dem Makler sagt, ach, so eine Wohnflächenberechnung wäre ja vielleicht noch ganz nett, kannst du mir die noch mal besorgen, sondern da gibt es einen Datenraum, da sind alle Sachen drin. Wenn da irgendwo was fehlt, werden die in den Datenraum noch mal nachgeliefert. Es gibt einen professionellen Ansprechpartner. Das ist in der Regel natürlich nicht der Eigentümer. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn so ein Investmentmanager oder Portfolio-Manager oder Regionaldirektor mit einem spricht, der hat den Auftrag, verkaufe dieses Objekt. Der hat natürlich auch den Auftrag, verkaufe das zu einem gewissen Preis. Aber es ist am Ende des Tages nicht sein Geld. Sein Auftrag ist, ein Objekt zu verkaufen und preislich jetzt nicht völlig aus der Rolle zu fallen. Und das macht es wirklich, wirklich, wirklich charmant. Diese Dinger kommen darüber hinaus inzwischen, gefühlt fast alle auch online. Auch das sind Sachen, ich sehe hier Millionen Objekte, wo ich denke, das ist ja ein Ding, dass das auch verkauft wird. Also es ist jetzt gar kein geheimer Channel, wo man irgendwie versucht reinzukommen, sondern man kann sich da melden und manchmal ist es auch über irgendeine Firma, wo man erst mal über North Data vielleicht guckt und denkt, ach guck mal, die gehören aber auch zu dem und dem Konzern. Und wo man dann in diese Gespräche reingehen kann. Lange Erklärung, eindeutige Aussage, das ist ein Riesenfenster, was nicht nur sperrangelweit offen steht, sondern was meines Erachtens noch eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, bis zum nächsten Podcast, würde ich mich schon festlegen, immer noch offen ist und wo man diese Dinge kaufen kann, wo man Wohnkomplexe in München oder in Berlin oder auch in Düsseldorf oder gewerbliche Komplexe, wo man die zu Konditionen kaufen kann, die vor zwei, drei Jahren undenkbar gewesen wären. Ihr habt ja auch ein paar Beispiele in eurem Podcast in München. Ich glaube, es war irgendwie für 5000 Euro, den Quadratmeter zu kaufen. Das war ja undenkbar. Natürlich ist das im Cashflow jetzt nicht das Riesenobjekt. Noch nicht jetzt. Aber das sind einfach Opportunitäten, die wir gerade haben und das betrifft ja auch nicht nur euch und nicht nur mich im Kleinen, sondern es betrifft ja ganz schnell ganz viele, die mal auch bei Immocation mit einzelnen Wohnungen angefangen haben und wir sehen es ja auch immer auf unseren Sonderveranstaltungen, die wir hier und da machen, die ja echt große Bestandshalter-Investoren geworden sind, die genauso davon partizipieren. Ja, also es ist mal wieder sehr spannend, wie differenziert der Immobilienmarkt dann ist und was es da für einzelne Dinge gibt, wenn man sich damit beschäftigt. Also da ist ein Fenster sperrangelweit offen. Das freut uns natürlich sehr. Ich glaube, ich kann sich jeder damit beschäftigen, der so ein bisschen Lust hat, in die Richtung zu denken. Vielleicht muss man sich auch zusammentun eben mit Co-Investoren und so, um sowas möglich zu machen. Okay, ja, erzähl uns vom Business. Vielleicht fangen wir nochmal, also machen wir immer auch in diesem Format, was ist so bei dir im Business los? Würden wir alles erzählen, was bei dir im Business los ist, dann müssten wir mehrere die Woche machen. Deswegen versuchen wir mal, einzelne Beispiele rauszupicken. Du hast mir das letzte Mal erzählt, von einem Haus, ich glaube 70.000, Kaltmiete start, soll auf 140, irgendwas sollte es hoch. Damit wäre es ein 10% und alles, was noch energetisch kommt, könntest du dann sowieso über die Dauer aus dem Cashflow finanzieren. Tatsächlich, das hast du mir gerade gesagt im Vorgespräch, ist das jetzt bereits ein 10% oder sechs Monate später. Ja, also wir haben, ich habe es gekauft für 900.000, jetzt mit Nebenkosten, roundabout eine Million, und habe relativ schnell jetzt 100.000 Euro investiert. Ich habe fünf Wohnungen renoviert, in dreien davon auch die Bäder und mache das natürlich sehr strukturiert und das ist auch jetzt nicht beste Wohnlage, also das ist jetzt nicht Gott weiß, wie ausgeartet diese Renovierung, konnte die dann sehr gut neu vermieten, bei den anderen natürlich auch mit Sofagesprächen, mit Anpassungen das Ganze noch begleiten, sodass ich Stand heute bei diesem Objekt, bei einem Gig von 1,1 Millionen, bei einer Ist-Mieteinnahme von 125.000 Euro pro Jahr bin. Und das ist, also Ziel war 10% und ich, das sind zwar jetzt leicht über 10, ich bleibe aber bei meiner Zielgröße 10, weil natürlich muss ich da in dem Objekt nochmal an die Heizung, natürlich muss ich nochmal an die Fenster und vielleicht muss ich auch noch an Dach- und Außenfassade irgendwann dran. Aber es ist noch Potenzial, ein Potenzial sehe ich ganz locker, bis 150.000 Euro Netto-Kaltmiete, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Und da habe ich ja jetzt noch Hunderttausende Euro Luft, um zu investieren. Und das ist auch das, ich glaube, letztes Mal habe ich den Spruch, habe ich ein bisschen, ja, hier und da ein Stirnrunzeln von jemandem kassiert, ich sage, ich erschlage energetische Maßnahmen mit Cashflow. Das war ja nicht böse gemeint, das war ja immer nur so gemeint, du hast es das letzte Mal auch schon ein bisschen richtig gestellt, nicht, dass ich alles aus dem Cashflow bezahlen kann, sondern, dass ich im Fall der Fälle mir Gelder holen kann, die teilweise ja auch noch subventioniert sind durch irgendwelche energetischen Töpfe, wenn es sie dann mal gibt oder nicht gibt oder man weiß es ja nie bei der Planung, dass ich einfach genug Platz habe, um das weiter zu entwickeln und trotzdem jetzt in meinem 10% Rendite-Korridor zu bleiben. Und das ist auch ein klassisches Objekt, was ich, wir sprachen am Anfang über die Zielfinanzierung, das ist das klassische Beispiel, finanziert habe ich 900.000, also den Kaufpreis variabel. War jetzt in der Lage, ja, den Rest eben, das sind jetzt immerhin 200.000 Euro Differenz aus Eigenkapital zu erbringen. Ja, das ist jetzt eben so. Und bis Ende diesen Jahres läuft jetzt erstmal die variable Zinsvereinbarung. Ich glaube sogar ein paar Monate länger, aber für mich so gedanklich bis Ende diesen Jahres. Ich gucke mal, was ich noch optimieren kann. Und Ziel wäre dann auf jeden Fall 1,1, vielleicht auch 1,2 Millionen festzuschreiben. Da könnten wir jetzt einen Dreisatz machen. Ich habe ihn gar nicht gemacht, ich brauche ihn gar nicht gemacht, weil wir machen bei 10% Rendite. Was kriege ich da? Genau, ich will es nur für die Leute einmal tatsächlich machen. 1,2 Millionen, ganz kurz, was Bankrate? 5,5 Prozent? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ich hätte jetzt gesagt, Zins zwischen 3,5 und 4 und Tilgung dann zwischen 1,5 und 2. Also mit 5,5 sind wir. Genau, habe jetzt gerade gerechnet, 1,2 Millionen mal 0,055, damit ich es dir nachvollziehen kann. Da kommt raus 66.000. Du hast gerade gesagt, Kaltmieteinnahmen ist nur 140.000. Damit man sich das also vorstellen kann, 140 kommen rein, 66 gehen weg, bleibt nicht. Ja, 125 aktuell. Also Entschuldigung, 125. Noch mehr bis Jahresende, aber 125 stehen bei jetzt. Also 125, 1,2,3, minus 66. Ungefähr bleiben 59.000 Euro übrig. Und da sagst du quasi, also würde ich jetzt quasi den kompletten Cashflow auffressen, indem ich was drauf finanziere, könntest du dir nochmal fast eine Million holen wahrscheinlich. Das kostet das nie. Ja, das würde eine Bank möglicherweise nicht mitmachen. Ja, aber theoretisch vom Cashflow her hast du recht. Ja, so und daher sagst du, ich habe da genug Platz. Du musst logischerweise nicht in ein Objekt eine Million reinstecken, das ein Gig von einer Million hat, um es energetisch zu sanieren, sondern also hoffentlich nicht, sondern sehr, sehr viel weniger. Und dann bleibt eben von diesen 59.000, selbst wenn jetzt nochmal die Bankrate 10, 20 hoch geht, bleibt der dann eben immer noch 40.000 Cashflow im Jahr übrig, so mal grob gerechnet. Genau, genau. Und jetzt kommt hinzu, jetzt werden wahrscheinlich alle sofort sagen, ja, aber Steuern und so muss er auch noch alles zahlen, ist super faszinierend, dahingehend, dass dieses Objekt eine Restnutzungsdauer von, ich glaube, es waren 18 Jahre, hat, sodass ich den Gebäudewert auch verhältnismäßig schnell und gut abschreibe. Und ja auch, wenn ich jetzt weiter investieren würde, reiße ich möglicherweise die 15-Prozent-Grenze. Und trotzdem schreibe ich dann eben über maximal 18 Jahre ja die Investitionen ab. Tatsächlich gibt es hier aber jetzt einen Plan B, weil ich es so schnell und so gut entwickeln konnte, dass ich es jetzt erstmal, ähnlich auch wie ihr das macht, es gibt jetzt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung und ich werde das aufteilen und die Grundbücher erstellen und dann darüber nachdenken, ob ich es möglicherweise einzeln abverkaufe. Denn wenn man jetzt einfach mal nur eine Milchmädchenrechnung machen würde und sagen würde, man findet jemanden, denen aber 5- oder 6-Prozent-Rendite reichen, das kann jetzt jeder sich ausrechnen, dass ich dann bis zu einer Million Euro aus diesem Objekt rausholen könnte und das dauert dann jetzt schon im Cashflow so eine gewisse Weile, bis ich die dann rausholen würde. Ist aber einfach so ein Plan B und ich kaufe das immer in den entsprechenden juristischen Personen schon, wo ich auch beides machen könnte, im Nachhinein wird sich immer eine bessere Variante finden. Also wenn ich das jetzt zehn Jahre behalte, wäre das Privatvermögen vielleicht noch besser gewesen, aber das wissen wir auch immer erst hinterher. Ja, 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 genau. Genau, Steuern zahlt man ja auch nur, wenn man tatsächlich Gewinne hat. Das ist auf jeden Fall schon mal die gute Nachricht, würde ich sagen. Okay, also tolles Beispiel, glaube ich, wo man sieht, wie dann so eine Entwicklung über die Zeit passiert. Ich finde das einfach wichtig, dass wir konkrete Beispiele machen, weil wir erzählen ja hier im Podcast auch viel, es kauft jemand eine Wohnung, zur Altersvorsorge. Wir sagen dann über drei, vier Jahre, da entwickelt sich mit der Zeit die Miete, Miete läuft der Bankrate davon und so. Dann erzählen wir öfter mal entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser, da kannst du selber durch aktive Aufwertung richtig was tun, signifikant Vermögen heben. Das hast du, das haben wir jetzt einmal gerade in Cashflow und einmal gerade im potenziellen Abverkauf vorgerechnet. Warum sich da dein Zeitinvest oder der deines Teams in diesem Subjekt unfassbar lohnt? Natürlich. Allein dieses Objekt wäre ja geeignet dafür, ein normales, ich glaube, sehr gutes Angestelltengehalt monatlich als Überschuss zu verdienen. Das ist also gut. Ja, okay, gut. Okay. Auch in dem anderen Bereich, also wir sprachen eben, du hast es angesprochen, mit dem Millionenbereich von Konzernen, also auch da sehr schön. Der eine oder andere, der mir auf Instagram folgt, der hat das ja auch gesehen. Ich konnte die ostwestfälische Zentrale eines großen Immobilienbestandshalters börsennotiert kaufen, darf ihn auch als Mieter behalten, also für große Teile des Objektes und auch da ergeben sich eben unglaublich gute Opportunitäten und auch da ist mein Businessplan. Ich kann jetzt leider nicht die ganzen Zahlen offenlegen, weil das ist eine der Eigenarten dieser großen Verträge. Da gibt es dann oft Verschwiegenheitsklauseln und so etwas drin. Aber ich kann durchaus, durchaus sagen, dass auch das Gewerbe, ja, habe ich sowieso andere Ansprüche dran, aber dass das auf jeden Fall dafür geeignet ist, innerhalb von unter einem Jahr werde ich es auf zweistellige Renditen bringen, dieses Objekt und es ist sehr wenig dran zu tun. Es ist mal das Gegenteil. An diesem, was ich eben hatte mit den 900.000, da ist sicherlich noch viel dran zu tun. An dem anderen jetzt ist quasi gar nichts Großes dran zu tun. Also die Mischung macht es dann auch. Das ist echt witzig, aber wenn ich daran denke, wo ich dann das erste Mal mit Immobilien zu tun hatte in dem Kontext, wie wir es jetzt hier machen, das war dann also 2015, da wäre meine Vorstellung gewesen, ein Konzern, der spezialisiert ist auf Immobilien, von dem kann ich doch auf gar keinen Fall gute Deals machen. Doch. Also es ist eben sehr abhängig von der Marktphase, der Interessenslage und was die gerade erreichen wollen. und dann kann ich dann tatsächlich gute Deals machen und sie auch noch als Mieter behalten. Ja, aber einfach deren Ziel war es offensichtlich, also sie haben mir nie exakt ihre Ziele genannt, aber ich konnte so raushören, gewerbliche Objekte gehen aus dem Bestand und dann sitzt da eben Investmentmanager und sagt, okay, gut, das nutzen wir zufällig selber, aber das ist ja beschlossen, das muss raus aus dem Bestand, also verkaufen wir das Ding und müssen natürlich auch noch einen Mietvertrag dann nachbehandeln. Ich erinnere mich noch, ich war ja bei IBM auch ein Riesenkonzern, da war auch mal rein in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel, also da war dann die Zentrale, die man mal hatte, die hatte man, war sehr, sehr stolz drauf, plötzlich war man Mieter in der eigenen Zentrale, weil man entschieden hat, man will diese Assets abbauen, ein paar Jahre später wurde im Nachbarort dann ein neues Headquarter gebaut, was einem wieder gehört hat, also da hat sich ja Strategien, glaube ich, geändert und zwischendrin hat wahrscheinlich Immobilieninvestor auch einen ganz guten Deal gemacht, so, ja, okay. Immer noch mal stattmachen, Berlin hat ja auch gerade irgendwie für 700 Millionen Euro von Vonovia gekauft, ich habe den Quadratmeter Preis mal runtergerechnet, ich kenne jetzt die Objekte nicht, aber ich kenne ja Vonovia Objekte und den Stadtteil, ja, und ich habe das Gefühl, dass Vonovia auf jeden Fall einen sehr guten Deal gemacht hat. Ja, ja. Die haben ja auch, also ich weiß nicht, ob es das Portfolio ist, was sie auch vor Jahren von der Stadt gekauft haben, könnte auch durchaus sein, genau das, was du sagst, irgendwann mal sehr günstig gekauft, natürlich irgendwas mitgemacht oder auch nicht und dann jetzt teuer zurückverkauft, sehr praktisch. Ja, ja, ja. Gut. Okay, dann jetzt zu kleineren Deals. Ja, genau. Du hast mir verraten, du hast mal eine Rückschau gemacht, die sehr spannend ist, rückwirkend, damals gefühlt sehr teure Zukäufe analysiert, wie sie sich entwickelt haben. Genau. Auch so ein bisschen inspiriert aus eurem Podcast, wo ihr ja sehr schön durchgegangen seid und gesagt habt, naja, heute gefühlt, gerade euer Bayern-Wohnungsportfolio, trägt jetzt noch nicht zu eurer finanziellen Freiheit bei, aber langfristig könnte das oder wird das auch ein sehr gutes Geschäft sein. Und ich habe in Düsseldorf ja sehr viele Wohnungen gekauft und habe wirklich bei jedem dieser Zukäufe, jedes Mal habe ich gedacht, boah, ist das teuer, das ist ungeheuer, das wird immer teurer. Aber ich habe also wirklich auch verhandelt bis aufs geht nicht mehr, damals immer natürlich persönlich und nicht jetzt zwingend mit so einem strukturellen System, aber habe immer wieder Zukäufe machen können mit Mieten, die sich meistens nicht gerechnet haben. Also ich hatte wirklich Herausforderungen, direkt zu Beginn die Bankrate zu begleichen. Die Bankrate waren damals bei zehn Jahre plus zurück immer drei Prozent Tilgung. Irgendwie hatte ich das bei meiner Bank damals noch drin und zinstechnisch irgendwo zwischen 4, 25 und dann fallend. Also da sind jetzt auch so dreieinhalb oder auch mal dann die 2,9 irgendwann drin. Aber durchaus eine ordentliche Belastung, sodass wir immer zwischen 6 und 7 Prozent Annuität da lagen. Und ich habe jetzt einfach mal so wahllos ein paar Sachen rausgenommen, wo ich sage, ich kann euch einen abgeschlossenen Zehnjahreszyklus im Privatbestand zeigen und ich bin relativ sicher, dass solche Zyklen eben dann auch auf zehn Jahre immer wieder kommen, und dass man die wieder hat. Ich nehme mal eine Wohnung in Düsseldorf Unterbilk 50 Quadratmeter 2012 gekauft mit 600 Euro monatlicher Bestandsmiete für 128.000 Euro. Das war ein sehr ordentlicher Preis und jetzt könnt ihr schon selber zurückrechnen, brauchen wir jetzt gar nicht groß hochzurechnen, mit Hausgeld nicht umlegbar und allem. Cashflow nicht optimal unter den Bedingungen, die ich genannt habe. Das Ganze, natürlich habe ich Sofa-Gespräche damals schon geführt, irgendwo habe ich es auch gelernt, nämlich dadurch, dass ich es selber gemacht habe und konnte das ein bisschen optimieren, aber bis heute und jetzt springen wir eben immer einfach von damals Kauf auf heute bei Verkauf, letzte Miete und die letzte Miete, die ich auf dieser Fläche erzielt habe, waren 1400 Euro netto kalt. Also unfassbar und ja, wir haben eine Mietpreisbremse in Düsseldorf und das hat das Risiko, dass der Mieter das hätte auch rügen können. Ist mir noch nie passiert in meinem Leben, wahrscheinlich, weil ich nicht in Berlin investiere, sondern eben in Düsseldorf oder woanders und verkauft für jetzt 215.000, also von 128 plus Nebenkosten, das müssten wir jetzt eigentlich sauber berücksichtigen für 215.000 verkauft, kein, nicht der beste Deal, ich habe auch absichtlich nicht diese Ausreißer-Deals, wo jetzt Verdreifachungen oder Vervierfachungen drin sind, sondern einfach mal so klassische genommen. Ich habe gleicher Stadtteil auch unter, auch 50 Quadratmeter, das war Erdgeschoss, 2013 gekauft für 89.000 Euro. Hier eine kleine Besonderheit, das war zwar als Wohnung, aber ich habe damals versehentlich und ich mag es auch immer gerne im Nachhinein, sowas zuzugeben, ich wusste es nicht, ich habe ein Büro gekauft, ein Teileigentum. Es war aber als Wohnung vermietet, die Bank hat es mir auch nicht gesagt, also habe ich ein Teileigentum gehabt. Aus heutiger Sicht, da hätte ich eine wunderschöne Ferienwohnung draus machen können. Damals habe ich dann eher den Drang gehabt, das muss ich legalisieren. Habe ich auch, das habe ich mit Bestand 500 Euro Miete damals gekauft. Letzte Miete vor Verkauf waren 1250 Euro kalt und ich sage nochmal, gerade für 89 gekauft plus Nebenkosten und 2.000, 3.000 Euro für die nachträgliche Legalisierung. Verkauft 200.000, also auch irgendwo verdoppelt. Hier vergessen darf man hierbei ja, ich habe eben gesagt, 3% Tilgung. Das heißt, ich habe hier sehr, sehr nennenswert, also nicht ich, sondern mein Mieter, diesen Kaufpreis und diese Finanzierung, die ich damals hatte, natürlich getilgt während der Zeit. So und jetzt noch ein drittes, kurzes Beispiel, das ist auch Unterbilg, also Medienhafen, 48 Quadratmeter, sehr schöne Wohnung, weil die so eine eigene Terrasse mit dabei hat, nach hinten raus, hier habe ich 2011 schon gekauft für 123.000 Euro, war damals für 750 Euro vermietet, also auch ein bisschen mehr und auch da, ihr könnt es euch schon vorstellen, Mieten entwickelt bis auf 1.500 Euro für diese Größe, verkauft für 240.000 Euro, also auch grob verdoppelt. Aber die, wenn ich die heute jetzt zu diesem Preis kaufen würde, im Endeffekt hätte ich ein sehr ähnliches Szenario. Ich würde die heute kaufen, würde denken, verdammt ist das teuer und das rechnet sich nicht ab dem ersten Moment, wir reden von einer A-Lage, von guten Objekten, aber man wird in diesen Preis reinwachsen. Damals hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, über 1.000 Euro Miete für so eine Wohnung zu bekommen, das war völlig undenkbar und das ist einfach heute relativ normal und das wird auch dort nicht stoppen oder eben noch mit alternativen möblierten Vermietungsmodellen. Schöne Beispiele für die Miete läuft der Bankrate davon über die Zeit und schön rückwirkend zu hören, auch du hast eben dann Objekte eingekauft, die sich teuer anfühlen, die sich in dem Moment nicht von selbst abzahlen, du hast aber daran geglaubt, dass das grundsätzlich gute Lagen, gute Objekte sind und über die Zeit die Mechanismen für dich wirken, das waren dann ja alles dick zweistellige Mietrenditen, die du hattest. Ja, über die Zeit. Über die Zeit, während sie angefangen haben als, weiß ich nicht, 6% oder so. Ja, genau, 6% und das bei rund 7% Bankrate war ungünstig. Ja, ja, ja. Hat sich aber damals dann trotzdem sinnvoll angefühlt? Ja, hat sich sinnvoll angefühlt, weil mein Ziel immer war, etwas für die Rente zu tun. Ich hatte ja nie diesen Antrieb, ich werde jetzt Immobilieninvestor und ich konnte tatsächlich auch dann nicht jede Woche eine Wohnung kaufen, also auch die Idee wäre damals komisch gewesen, weil mir einfach das Eigenkapital und auch die Möglichkeiten und auch der Bankkontakt dann in dem Moment gefehlt hätte. Ich habe relativ häufig bei diesen Objekten, ich habe ja gut verdient auch damals, aber musste eigentlich bei den ersten Objekten immer 20% Eigenkapital plus Nebenkosten mitbringen und das begrenzt das Ganze. Ja, das konnten wir dann etwas harmonisieren, dass ich irgendwann 100% finanzieren durfte, weil eben das Einkommen dann auch da war, aber das war es. Und wenn ich damals schon so die Möglichkeiten von heute gehabt hätte, gut, da können wir lange zurücksignieren, dann hätte ich wahrscheinlich Straßenzüge gekauft. Ja, aber es geht eben nicht nur mit Wohnungen und nicht nur in Düsseldorf. Ich habe nochmal zwei Mini-Beispiele aus Bielefeld mitgebracht. Ein Sechser-Mehrfamilienhaus, das ist ja jetzt nicht so, jetzt auch nicht ein Riesenkomplex, habe ich 2014 gekauft für 270.000 Euro. Ich habe im letzten Podcast mal gesagt, ich habe irgendwann aufgehört, in Bielefeld zu kaufen oder so gefühlt aufgehört, als die Preise über 1.000 Euro pro Quadratmeter. Das war noch eines der letzten, die ich unter 1.000 Euro pro Quadratmeter gekauft habe. Mit Miete 22.000 Euro, also schon ein anderes Verhältnis als Düsseldorf. Das rechnet sich schon ein bisschen besser. Zehn Jahre später, ich habe investiert, ich habe weit über 100.000 Euro in das Gebäude investiert, in Wohnungen, in Heizung, also dort ist schon ein bisschen was passiert. Aber heute steht das Objekt da mit gut 40.000 Euro Miete und trotzdem habe ich ja getilgt weiter bei der Bank und wenn ich es jetzt, ich werde es Mitte des Jahres für irgendwas zwischen 500.000 und 600.000 Euro verkaufen, also auch dort verdoppelt und davon, ja, es wiederholt sich jetzt, ich hätte den Zettel noch vollschreiben können damit. Es ist einfach ein Long Game. Es ist schön, dieses kurzfristige Fix and Flip, ja, alles zu machen. Wir haben aber auch gelernt, es gibt auch zwei Jahre, gab es jetzt zumindest mal dazwischen da, wie sagt der liebe Paul immer, ja, Fix and Flip hatte ein Problem, es hörte bei Fix auf, Fix und Flop, also eine Zeit lang. Da braucht man eben Plan B, da ist man mit solchen Objekten natürlich ganz anders aufgestellt und am Ende, das macht es ja auch die Mischung, ja, ein Grundrauschen zu haben und dann natürlich mal sich auch, auch zur Eigenkapitalgenerierung was dazu zu kaufen. Ja, also ich glaube, wenn man versteht, ja, wenn man sowieso uns da alle sechs Monate zuhört in diesem Gespräch, sehr, sehr gut, wie sich das bei dir über die Zeit aufbauen konnte zu dem, wo du dann heute stehst und tatsächlich ist es ein Long Game, was nicht heißt 30 Jahre, was aber bedeutet, dass man einfach ein paar Jahre Zeit sich geben sollte und der Hockeystick kommt garantiert. Ja, absolut. Genau, jeder, der mit uns auf den Hockeystick einbiegen möchte, dem möchte ich was ans Herz legen, bevor wir jetzt zu deiner Prognose gleich kommen und zwar im Hockeystick Masterclass, ihr werdet es vielleicht schon gehört haben, wenn ihr diesen Podcast hört, wir haben 2018 ein Programm aufgesetzt, das ist auch eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung und ich glaube, man darf sagen, wir sind mittlerweile eine Institution, wir haben viele tausend Leute ausgebildet zum privaten Immobilieninvestor und zwar mit sehr viel persönlichem Einsatz, eines großartigen Coaching-Teams von 20 Profis und Experten, die euch gerne helfen, wenn ihr Teil der Masterclass sein wollt, sechs Monate lang beim Immobilienkaufen, beim Lernen von allen wichtigen Inhalten und auch eben wirklich bei der ganz konkreten Umsetzung, beim Finden der eigenen Strategie, bei der Finanzierung, bei einem Akquisesystem und so weiter. Einer davon ist selbstverständlich, Markus Befort, also du, Markus, freue mich sehr, dass wir mit dir das jetzt schon so lange zusammenarbeiten dürfen in diesem Kontext und ja, es ist wirklich uns allen eine Herzensangelegenheit, dass viel mehr Leute diesen Weg erfolgreich beschreiten, ob das eine kleine Altersvorsorge ist oder dann ein System, wie du es hast, vielleicht im Endausbau, das ist mal egal, was da rauskommt, wir wollen euch sehr gerne begleiten und die Masterclass 2024, die Plätze vergeben wir genau jetzt und zwar nur wenige Tage kann man sich bewerben auf imocation.de slash Masterclass. Warum bewerben? Ja, nochmal, weil wir dann die Plätze natürlich limitieren müssen, weil wir ja persönlich betreuen mit Coachings, also auch wirklich Einzelcoachings, Webinaren, Workshop und so weiter und so fort. Das heißt, wir können nicht beliebig viele Teilnehmer aufnehmen, Plätze sind wir relativ schnell weg, am besten also, wenn ihr das hört und Lust habt, auf diese Reise mit uns gemeinsam zu gehen, dann jetzt gleich bewerben imocation.de slash Masterclass. Damit kommen wir dann zum sehr spannenden Teil, würde ich sagen, nämlich der Prognose. Darf ich vorwegnehmen? Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, also es ist schon so ein bisschen Copy and Paste, aber wir wollen es logischerweise differenzieren und da reingehen und es ist nicht Copy and Paste, weil wir es uns einfach machen wollen, sondern weil wir natürlich einfach das beschreiben wollen, was auch wirklich passiert und wenn man dann sagt, es könnte ein bisschen Copy and Paste sein, reden wir wahrscheinlich so ein bisschen über Stabilisierung. Wir haben immer über Inflation gesprochen, das müssen wir eigentlich fast nicht mehr tun, das ist alles wieder alles in Butter, oder? Was habe ich vorhin noch eine Zahl raus? 2,4 war es jetzt im März? Das Thema ist erledigt oder kurz vorweg vielleicht? Ja, sollte ich schon einbiegen auf die Prognose, weil das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Ja, bieg ein, fang mit der Inflation an und bieg ein und erzähl uns die Kausalkette. Ein Fan vom sehr geschätzten Herrn Professor Sinn, der ja nun nicht mehr ganz aktiv ist, aber der ja auch immer noch YouTube-Videos und alles Mögliche macht und er hat immer schon einen Satz geprägt, hat noch letztens irgendwo wiederholt, Inflation kommt in Wellen und nur weil wir jetzt gerade mal wieder bei der 2,x sind, heißt das nicht, dass wir nicht auch eine 3 oder eine 4 wiedersehen könnten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt springen auf 5, 6, 7, wobei es kann immer externe Ereignisse geben, weil wir genug Unruhe auf der Welt, die das Ganze irgendwie natürlich bepowern können. Aber da stecken wir nicht drin, davon gehen wir jetzt auch erstmal nicht aus, dass so etwas passiert. Ich glaube aber nicht, dass das Thema jetzt so gegessen ist, dass wir jetzt von den 2,x mal eben auf die 1,5, auf die 1,0 und dann freuen wir uns alle schon wieder auf die super Niedrigzinsphase. Also ich gehe jetzt erstmal auf das Kurzfristige, das soll die nächsten sechs Monate bis zu unserem nächsten Podcast die Erwartung ist da, dass die Zinsen gesenkt werden. Die Erwartung ist glaube ich mehrheitlich da für Juni, Juli so die Richtung, für Mai eher noch nicht und ich glaube auch nicht, dass die das im Mai jetzt machen. Die waren jetzt relativ stabil, sie wollen es noch beobachten und nicht zuletzt, Amerika hat auch die Zinsen nicht gesenkt. Ganz im Gegenteil, ist da eher wieder eine leicht steigende Inflation zu sehen und auch wenn wir jetzt nicht 1 zu 1 an Amerika hängen, ist die Orientierung schon immer sehr groß, sodass wir asynchron agieren würden zu Amerika und das glaube ich so kurzfristig zumindest nicht. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt haben wir diese Unruhen auch in ölfördernden Ländern, jetzt haben die zwar gesagt, sie fördern mehr, dadurch stabilisieren sie die Preise einer Tankstelle, aber auch Tankstelle, Heizöl, Strom, Wärmeerzeugung, das hat natürlich viel miteinander zu tun, ist auch mit dem Warenkorb drin. Ich kann mir eben, wie gesagt, schon vorstellen, dass die Inflation nochmal so leichte Ausschläge gibt und es würde mich nicht wundern, wenn wir im Juni, Juli keine Zinssenkung sehen würden. Selbst wenn wir eine sehen, hat das eigentlich keine Relevanz, weil es ist in den Zinssätzen mit drin, hört sich jetzt komisch an, aber in der Erwartungshaltung der langfristigen Zinssätze ist ja schon mit drin, dass die langfristig ein bisschen sinken könnten. Deshalb habe ich das Gefühl, wenn jetzt Juni, Juli mal angenommen, wir machen da einen Zinsschritt im variablen Bereich, klar, schlägt das voll durch, aber im langfristigen Zinsfestschreibungsbereich gehen wir deshalb nicht gleich um 0,25 oder irgendetwas runter. Also darauf jetzt zu warten und zu spekulieren, halte ich für keine besonders gute Idee. Richtung bis zum nächsten Podcast, wenn die Inflation und die würde ich eben eng beobachten, so jetzt auf diesem Level bleibt, vielleicht mal wieder Richtung 3, aber wieder runter Richtung 2, glaube ich schon, dass auch wegen des Wirtschaftswachstums, was ja einfach nicht so rosig aussieht, da ein kleiner Anreiz kommt und wir ein, vielleicht zwei Zinssenkungsschritte sehen. Was wir ausschließen können, um das auch mal zu sagen, Zinssteigerung, ist ja auch mal was, dass wir das ausschließen können, ausnahmsweise. Ich würde vermuten, dass Zinssenkungen eher Richtung Juli, August kommen und wird sie nicht so früh sehen. Aber am Ende des Tages und auch das möchte ich einfach nochmal deutlich sagen, es ist egal. Denn jetzt sagt das nochmal, kannst du wieder einen Strich machen, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Das heißt, du musst ja dein Projekt so verhandeln, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt und mit der Zinslage und allem rechnet. Wir haben jetzt eine relativ stabile Größe auch für variable Darlehen, dass die eben voraussichtlich nicht mehr plötzlich nach oben explodieren und deshalb auch alternative Finanzierungsmethoden da anwenden können. Aber grundsätzlich, ob man jetzt aktuell eine 3,5, eine 3,75, eine 4 oder in einem halben Jahr eine 3,25 bekommt in der Finanzierung, das kann und darf ein Projekt, also es darf keine Entscheidung für oder gegen ein Projekt darstellen. So ein Zinsschritt. Und wenn ich darauf vertrauen würde, ich mache etwas, weil die Zinsen sinken und es sich dann besser rechnet, Finger weg. Nachverhandeln, anderer Kaufpreis, das muss ich auch heute rechnen und dann, wenn ich davon ausgehe, dass die oder wenn ich hoffe, dass die Zinsen sinken, rechnet es sich dann eben noch ein bisschen besser. Können denn die Preise wieder steigen, wenn die Zinsen jetzt nicht nochmal signifikant sind? Jetzt rede ich nicht über sechs Monate, sondern über die nächsten Jahre. Man hat, glaube ich, überall jetzt mittlerweile im Kopf, also grundsätzlich mal Angebot und Nachfrage haben einen riesen Wohnraummangel. Sieht man dann in den deutlich steigenden Mieten, das dann nochmal befördert wurde, dadurch, dass auch jetzt viele Eigennutzer nicht gekauft haben, wenn gestiegenen Zinsen noch auf den Mietmarkt kamen. Also wir haben eine unglaubliche Mietdynamik. Das heißt, die Nachfrage nach Wohnraum ist extrem hoch. Das einzige Problem, warum quasi die Preise nicht einfach weiter marschieren konnten, weil eben das zwischendrin die Zinsen so hoch gegangen sind, dass die Leistbarkeit ein Problem war. Jetzt finden sich langsam Verkäufer und Käufer wieder. Die Mietrenditen werden besser. Das heißt, ich kann mir den erhöhten Zinssatz leisten. Die Zinsen sind ja auch schon seit Jahresanfang vielleicht irgendwie ein halbes Prozent oder so runtergegangen, die ich bei meiner Immobilienfinanzierung habe. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Spielraum. Können die Preise, wenn das Zinsniveau jetzt da ungefähr bleibt, beim letzten Mal hast du gesagt seitwärts, das hat sich gerade auch wieder nach ungefähr seitwärts angehört. Du sagst nicht, die haben jetzt bald eine Zwei-Form-Komma, da bin ich mir sicher, die gehen auch weiter hoch. Sagen wir mal, die Zinsen bleiben mit einer Drei-Form-Komma, die ich dann auf meine 10er-Fest irgendwie bekomme. Können unter diesem Zinsumfeld Preise wirklich wieder steigen? Kommen mehr Käufer zurück und sagen, ich habe mich jetzt einfach an diese drei langsam gewöhnt, die höre ich jetzt dann auch schon das zweite Jahr in Folge, jetzt kaufe ich dann auch und zahle einen erhöhten Preis, obwohl meine Kalkulation vielleicht schlechter geworden ist, weil Preise dann wieder hochgehen. Auf jeden Fall, klares Ja, weil wir ja nicht nur diesen Zinseffekt haben. Wenn wir sagen würden, die Zinsen gehen seitwärts und nur das beeinflusst unsere Kaufpreise, dann haben wir natürlich keine Bewegung. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja ein Potpourri an Komponenten, die man ja auch im Location Cockpit, in dem Tool, dann alle eingeben und berücksichtigen kann. Und wenn man da nur mal berücksichtigt, dass Mieten eben trotzdem weiter steigen, wohingegen ich den Zins, das habt ihr ja auch schon zigmal ausgeführt, der Zins bleibt die stabile Größe für eine sehr lange Zeit, wenn ich mich darauf festlege. Die Mieten kann ich entwickeln. Ich kann sie persönlich entwickeln mit Sofagesprächen. Ich kann sie gesetzlich entwickeln. Ich kann sie aber auch durch eine Entwicklung des Gebäudes entwickeln. Und das ist ja genau das, worum es dort geht. Das heißt, wenn ich ein Objekt entwickle, natürlich steigen dann auch die Preise für dieses Objekt. Wenn ich es einkaufe, ich entwickle es und verkaufe es wieder, ist natürlich dort die entsprechende Preissteigerung. Und je mehr auf diesen Markt wieder zurückkommen, die auch diese Optionen sehen, dann beginnt der Markt wieder zu laufen und es werden höhere Preise bezahlt. Es wird aber, meines Erachtens, nicht in naher Zukunft so sein wie vor einigen Jahren, dass die Objekte ausschließlich im Gebotsverfahren oder mit ganz viel Vitamin B irgendwo erworben werden können. Das ganz sicher nicht. Alle haben ihren Stift zur Hand und werden kalkulieren und auch nicht zu unterschätzen, die Anzahl der Eigennutzer ist extrem reglementiert. Wir haben ja, ich habe diese Studie jetzt nicht mehr genau im Kopf. Du hast es auch in einem Podcast erwähnt. Das war, früher konnten sich 60 Prozent aller Angestellten ein Eigenheim leisten und heute nur noch 15 Prozent. Jetzt wollen wir nicht hinterfragen, was das für Werte waren und was die da, ob die Werte an sich stimmen, aber die Tendenz ist ja relativ klar. Sodass wir also viel weniger Käufer für Eigennutzung haben und viel mehr Mieter auf der anderen Seite für unsere Kapitalanlagen und Investments und allein das beeinflusst das Ganze ja schon ganz extrem. Wenn ich jetzt etwas kaufe und ich habe gerade was auf dem Tisch zum Beispiel für Düsseldorf, super, mega, Under-Rent und ich kann auch wirklich nicht davon ausgehen, es die nächsten Jahre zu entwickeln. Aber irgendwann wird der Punkt gekommen sein, wo ich eine Neuvermietung mache und ich werde es noch erleben. So alt bin ich ja nicht bei diesem Objekt oder ich kann vielleicht vorher schon im Sofagespräch was entwickeln und plötzlich springt dieses Objekt um den Faktor 2 oder 3 in der Miete. dann ist ja nicht nur klar, dass der Kaufpreis sich erhöht, sondern gleichzeitig ist ja auch klar, dass die Anzahl der Leute, die jetzt vorne hier stehen und sagen, ich gucke da mal drauf und ich bewerte mal meine Chancen und mein Potenzial dafür, dass sich diese Miete und wann sie sich entwickelt. Und das beeinflusst die Preise. Ob der Zinssatz jetzt 3,25 oder 3,75 ist, das ist verhältnismäßig egal. Ja, super spannende Einschätzung. Das heißt, es bleibt bei dir logischerweise so und das ist das, was du jetzt wahrscheinlich auch jemandem empfehlen würdest, der anfängt, auf dem Gas stehen bleiben, macht auf die nächsten Monate extrem viel Sinn. Prüfen, kalkulieren, Angebote abgeben. Nicht dieses, was wir ja auch immer wieder auch am Anfang bei unseren Teilnehmern haben. Ich habe Angebote abgegeben, das geht alles nicht und dann fragt man nach, wie viel waren es? Ja, drei in drei Monaten. Das geht halt nicht. Du musst schon aktiv am Markt sein. Du brauchst nicht ein ausgefeiltes System, aber du brauchst eine gewisse Struktur, Ordnung und Disziplin, um da weiter voranzugehen. Du brauchst deine vielleicht Zeitinseln, wo du sagst, ich an dem Punkt und in der Stunde, da beschäftige ich mich mit Immobilien, um das fortlaufend zu machen und dann wirst du zwangsläufig einen guten Deal diesbezüglich machen. Ganz sicher. Davon bin ich auch überzeugt und ich glaube, die Rendite auf die eingesetzte Zeit ist da die höchste, die man überhaupt haben kann. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Markus. Super spannende Prognose. Wir hören uns in diesem Kontext in einem halben Jahr wieder und sehen uns schon nächste Woche auf Mallorca. Ich freue mich drauf. Bis dann. Danke dir vielmals. Hab einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.